Die Stimmen der Berge präsentieren Ihnen das Album Wenn die Sonne erwacht in den Bergen. Freuen Sie sich auf großartige Volksmusik, gesungen von klassischen Stimmen. Fünf hochkarätige Gesangssolisten haben sich zu den Stimmen der Berge zusammengefunden und präsentieren Ihnen Ihr neues Album. Diese Künstler verbinden Genre miteinander. Sie schlagen Brücken, sie kreieren einen neuen Klang. Nicht immer gelingt das so gut, so perfekt, so harmonisch wie bei den Stimmen der Berge. Mein Musik-Tipp heute ist das Album Wenn die Sonne erwacht in den Bergen. Wünsch' ich mir, sie soll nie mehr untergehen. Sierra, Sierra Madre zu. Sierra, Sierra Madre. Bei den weltberühmten Regensburger Domspatzen wurde die Saat gelegt. Während ausführlicher Musikstudien wurde sie gehegt und gepflegt. Und jetzt ist es an der Zeit zu ernten. Erleben und hören Sie diese Sänge. La Pastorella ist so jung und schön Und viel zu lang allein auf Berges Höhe Die Heimatsterne, Gottes schönste Lichter Die hat er für uns gemacht Drei Tenöre, ein Bass und ein Bariton ergeben eben jenen besonderen Sound, der von Kritikern bereits als, ich zitiere, einzigartig, absolut gelungen und genial bezeichnet wird. Wenn die Sonne erwacht in den Bergen, dieses besondere neue Album der Stimmen der Berge wird auch Sie begeistern. Sichern Sie sich jetzt das Erfolgsalbum der Stimmen der Berge. Wenn die Sonne erwacht in den Bergen. Jetzt bei uns für nur 17,99 plus Versand. Rufen Sie uns jetzt an 080 3 mal die 503. Was wären die Stimmen der Berge ohne die Hymne der Berge? Stehende Ovationen, Tränen der Emotionen und Dankeschreiben aus aller Welt sind ein eindeutiges Votum für diese Version von La Montanara. Sula, Montanara, die Berge, sie grüßen dich. Hörst du mein Echo schallen und leise verheilen? Es ist ein Bekenntnis der Schöpfung, dass die Stimmen der Berge berühmten Volksliedern ein Hauch sakraler Besinnlichkeit verleihen. Mit so viel Gefühl wurden diese Werke lange nicht interpretiert. Endlich gibt es die umjubelnden Volkslieder, unsterbliche Kompositionen und großartige Hits auch für Sie auf einer CD. Rufen Sie uns jetzt an 080 3 mal die 503 für Deutschland, 0820 20 30 87 für Österreich und 0848 266 788 aus der Schweiz. Aus allen anderen Ländern wählen Sie 0049 3871 450 450. Auch im Internet sind wir für Sie da www.shop24direkt.de Sichern Sie sich jetzt das Erfolgsalbum der Stimmen der Berge. Wenn die Sonne erwacht in den Bergen. Jetzt bei uns für nur 17,99 plus Versand. Rufen Sie uns jetzt an 080 3 mal die 503. Großartige Musik. Und wenn dann von den Stimmen der Berge die Frage gestellt wird, Kennst du die Perle? Die Perle Tirols? Dann wird es keinen Volksmusikfan auf dem Stuhle halten. Bei uns in Firol. Abends will ich schlafen geh'n, vierzehn Engel um mich steh'n. Drei Tenöre, ein Bass und ein Bariton. Erfahren in Chören, Ensembles und als Solisten fanden sich zusammen um die Hymnen der Berge, die Lieder der Menschen und ihren Dank an die Schöpfung zum Klingen zu bringen. Meine Empfehlung für Sie, die Stimmen der Berge. Hörst du La Montanara? Die Berge, sie grüßen dich. Hörst du mein Echo schallen und leise verhalten? Ja, wenn die Sonne erwacht. Endlich ist es Zeit für neue Gesichter, neue Lieder und einen neuen Klang in der Volksmusik. Die Stimmen der Berge präsentieren Ihnen das Album »Wenn die Sonne erwacht in den Bergen«. Freuen Sie sich auf großartige Volksmusik, gesungen von klassischen Stimmen. Wenn die Sonne erwacht in den Bergen. Die Stimmen der Berge, 14 großartige Lieder für nur 17,99 plus Versand. Das ist Musik für Menschen mit einem Herz für die Heimat. Die Stimmen der Berge, 080, dreimal die 5, 0,3. Natürlich von Teller Monte. Jetzt anrufen, 080, dreimal die 5, 0,3. Die Stimmen der Berge präsentieren Ihnen das Album »Wenn die Sonne erwacht in den Bergen«. Ja, wenn die Sonne erwacht in den Bergen. Freuen Sie sich auf großartige Volksmusik, gesungen von klassischen Stimmen. Fünf hochkarätige Gesangssolisten haben sich zu den Stimmen der Berge zusammengefunden und präsentieren Ihnen Ihr neues Album. Diese Künstler verbinden Genre miteinander. Sie schlagen Brücken. Sie kreieren einen neuen Klang. Nicht immer gelingt das so gut, so perfekt, so harmonisch wie bei den Stimmen der Berge. Mein Musik-Tipp heute ist das Album »Wenn die Sonne erwacht in den Bergen«. »Wenn die Sonne erwacht in den Bergen«. Wünsch ich mir, sie soll nie mehr untergehen. Bei den weltberühmten Regensburger Domspatzen wurde die Saat gelegt. Während ausführlicher Musikstudien wurde sie gehegt und gepflegt. Und jetzt ist es an der Zeit zu ernten. Erleben und hören Sie diese Sänge. »La Castorella ist so jung und schön und viel zu lang allein auf Bergeshöhe«. »Heimatsterne, Gottes schönste Lichter, die hat er für uns gemacht.« Drei Tenöre, ein Bass und ein Bariton ergeben eben jenen besonderen Sound, der von Kritikern bereits als, ich zitiere, »einzigartig, absolut gelungen und genial« bezeichnet wird. »Wenn die Sonne erwacht in den Bergen«, dieses besondere neue Album »Der Stimmen der Berge« wird auch Sie begeistern. Sichern sie sich jetzt das Erfolgsalbum »Der Stimmen der Berge«, »Wenn die Sonne erwacht in den Bergen«. Jetzt bei uns für nur 17,99 plus Versand. Rufen Sie uns jetzt an, 080 3x503. Was wären die Stimmen der Berge ohne die Hymne der Berge? Stehende Ovationen, Tränen der Emotionen und Dankeschreiben aus aller Welt sind ein eindeutiges Votum für diese Version von La Montanara. Musik Es ist ein Bekenntnis der Schöpfung, dass die Stimmen der Berge berühmten Volksliedern ein Hauch sakraler Besinnlichkeit verleihen. Mit so viel Gefühl wurden diese Werke lange nicht interpretiert. Musik Endlich gibt es die umjubelnden Volkslieder, unsterbliche Kompositionen und großartige Hits. Auch für Sie auf einer CD. Rufen Sie uns jetzt an 080 3 mal die 503 für Deutschland, 0820 20 30 87 für Österreich und 0848 266 788 aus der Schweiz. Aus allen anderen Ländern wählen Sie 0049 3871 450 450. Auch im Internet sind wir für Sie da. www.shop24direkt.de Sichern Sie sich jetzt das Erfolgsalbum der Stimmen der Berge. Wenn die Sonne erwacht in den Bergen. Musik Jetzt bei uns für nur 17,99 plus Versand. Rufen Sie uns jetzt an 080 3 mal die 503. In Flühtau zu Berge, wir ziehen Fallerab. Es grünen die Wälder, die Höhen Fallerab. Wir wandern ohne Sorgen, singen in den Morgen, doch fliehen in Tane die Hände. Großartige Musik. Und wenn dann von den Stimmen der Berge die Frage gestellt wird, kennst du die Perle, die Perle Tirols, dann wird es keinen Volksmusikfan auf dem Stuhle halten. Musik Abends will ich schlafen gehen, 14 Engel um mich stehen, Zwei zu meinen Häuten. Drei Tenöre, ein Bass und ein Bariton. Erfahren in Chören, Ensembles und als Solisten fanden sich zusammen, um die Hymnen der Berge, die Lieder der Menschen und ihren Dank an die Schöpfung zum Klingen zu bringen. Meine Empfehlung für Sie, die Stimmen der Berge. Hörst du La Montanara, die Berge, sie grüßen dich? Hörst du mein Echo schallen und leise Verhalten? Endlich ist es Zeit für neue Gesichter, neue Lieder und einen neuen Klang in der Volksmusik. Die Stimmen der Berge präsentieren Ihnen das Album, Wenn die Sonne erwacht in den Bergen. Freuen Sie sich auf großartige Volksmusik, gesungen von klassischen Stimmen. Wenn die Sonne erwacht in den Bergen. Die Stimmen der Berge. 14 großartige Lieder für nur 1799 plus Versand. Das ist Musik für Menschen mit einem Herz für die Heimat. Die Stimmen der Berge. 080 3 mal die 503. Natürlich von Teller Monte. Jetzt anrufen. 080 3 mal die 503.